ja hallo liebe anime fans ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem weiteren ausführlichen anime unboxing video hier auf meinem kleinen youtube kanal und die nötigen informationen sind für dich bereits hier schon im bild eingeblendet und natürlich auch in der infobox unter dem video alles noch einmal verlinkt und ich möchte mich an der stelle kurz fassen denn das unboxing video wird ziemlich lang gehen das wirst du ja gleich sehen dass ich da sehr ans detail gegangen bin und deswegen würde ich sagen mache ich an der stelle einen cut und wünsche dir nun gleich viel spaß im anschluss mit dem unboxing part ja ihr lieben und los geht es nun mit dem unboxing zu how to not summon a demon lord volume 1 im sammelschuber und ihr seht schon ein paar der extras habe ich hier zur seite gelegt für euch und wir beginnen natürlich als allererstes wie gewohnt auf meinem kanal mit dem datenblatt und ihr seht auch gleich wenn ich das hochhebe das ist hier nahtlos im übergang und natürlich lose draufgelegt sehr lobenswert von casee da gibt es keine klebepupel oder sonstiges womit man dann seine ware beschädigen könnte von der oberen seite hätte ich euch jetzt beinahe vorenthalten sieht das ganze wie folgt aus das seht ihr noch mal kurz den titel und dann diese grünlichen ornamente von der rückseite hier mal in der totalen seht ihr deutlich das ganze ist ziemlich strukturiert und textlastig die scene shots hier oben sind wesentlich größer als die aber dazu kommen wir gleich noch denn wenn ich hier ganz nah ran gehe beginnen wir natürlich hier im oberen teil da seht ihr schon worum es ungefähr geht ihr bekommt einen kleinen einblick in die serie und noch viel wichtiger hier dann noch der beschreibungstext in pink pink lila so in der richtung und unten drunter sind da natürlich die wie bereits eben angesprochen einen wesentlich kleineren leider muss ich sagen scene shots die ja auch sehr aussagekräftig sind aber sie sind halt extrem winzig im vergleich hier oben ihr seht es ja selber das ist schon sehr grober unterschied etwas werbe bla bla und viel wichtiger dann noch die untertitel tonspuren und so weiter und so fort also die technischen angaben zur blu-ray disk und noch die extras und hier unten ist dann noch der ern code ja und das wäre es von der sache her zum datenblatt und nach einem kurzen cut machen wir dann weiter mit dem schuber ja und weiter geht es nun an der stelle wie eben erwähnt mit dem schuber ihr seht schon ganz deutlich die reflektion meines scheinwerfers das ganze ist hier selbstverständlich im hochglanz design gehalten und ich finde das frontmotiv hier wirklich sehr aussagekräftig passend gewählt wunderschön im art design und aus der nähe betrachtet seht ihr auch dass es sehr hochauflösend ist die farben kontraste alles sehr satt und kräftig wunderschön aufgedruckt gute qualität wie ich finde kann sich definitiv sehen lassen aus einem anderen betrachtungswinkel schauen wir uns da mal die haare etwas genauer an die sind auch fein filigral alles noch wunderschön zu erkennen feine kleine details auch bei den rüstungen und so weiter es ist wirklich sehr schick in der aufmachung auch hier die etwas kleineren charaktere kommen noch sehr gut zur geltung ich zeige es noch mal kurz hier aus dem betrachtungswinkel es ist wirklich wunderschön umgesetzt wie ich finde absolut sehenswert sehr sehr schick von der oberen seite sieht das dann wie folgt aus da haben wir hier noch mal ganz groß das logo auf der unteren seite ist das dann mit diesen grünlichen ornamenten auf der gegenseite das ist das was ihr dann wahrscheinlich hoch verkehrt oben dann in eurer sammlung dann sehen sollte das ist der rücken des schubers sieht auch sehr sehr edel aus von der gegenseite haben wir dann natürlich das obligatorische dummy pappdingens und hier das erste volume das nehmen wir an der stelle natürlich hier mal raus hier war nämlich übrigens das poster drin und diese karte da dieser pappaufsteller dazu kommen wir aber im verlauf des videos erst noch und jetzt gucken wir mal wieso die qualität ist das ist ein typischer kc schuber also wirklich sehr sehr stabil ich habe hier wirklich sehr viel kraft die ich aufbringen muss und das ding hier zu verformen da geht nichts so schnell kaputt der sehr robust gebaut ihr seht von innen ist das ganze schneeweiß man hat hier nur so teilweise die kanten mit umgeschlagen ansonsten steht wie eine 1 wunderbar absolut genial in der verarbeitung typisch von kc habe auch nichts anderes erwartet muss ich ehrlich gesagt sagen und nach einem kurzen cut schauen wir uns dann noch gemeinsam das digipack an ja und nun machen wir weiter mit dem digipack beziehungsweise natürlich als allererstes mit dem schuber ihr seht auch schon der hier ist ebenfalls im hochglanz design gehalten hat dieselben farbgebungen hier dieses grünliche mit diesen kringeln im hintergrund auf der front ist diablo zu sehen wirklich auch sehr schön umgesetzt von der qualität her kann man hier absolut nicht meckern ist wirklich richtig schön von der seite her haben wir eben schon gesehen ist das jetzt schon wieder verkehrt so rum da seht ihr auch schon leider dass das ganze etwas auseinander geht ihr seht natürlich ganz klar wie das hier aufgebaut ist dieser schuber von der gegenseite ist dann das erste volume hier da das digipack das nehmen wir raus und ihr wisst denke ich mal ja das ist etwas wabbelig das ist halt das typische kc design da gibt es keine bösartigen überraschungen wer solche schuber schon kennt ihr seht ja deutlich wie stark die pappen sind es ist relativ robust aufgemacht jetzt hätte ich beinahe die rückseite vergessen die ist etwas spartanisch gehalten da hätte ich mir persönlich die anderen weiblichen charaktere insbesondere gewünscht hier in form eines großzügig gewählten großen motives auf der rückseite stattdessen hat man sich hier leider nur für das logo der serie entschieden ja gut kleiner wärmutstropfen an der stelle und nach einem kurzen cut schauen wir uns dann nun wirklich das digipack an ja und gesagt getan kommen wir nun an der stelle wirklich zum digipack und ja kleiner aufreger ihr wisst dass es wurmt mich halt dass man sich bei animes halt grundsätzlich fast immer dafür entscheidet da wo es kein mensch sieht diese fsk flatschen drauf zu knallen habe das ist hier kein aufkleber das ist fest aufgedruckt absolut sinnfrei das sieht kein mensch außer ich als kunde sehe das dann und ärgere mich darüber aber egal der schuber hatte ja schon das ähnliche design ihr seht es das ist hier ohne und dann ist das digipack selber mit diesem fsk flatschen verschandelt ja was sollt was willst du machen halt so sieht es dann eben aus genau dasselbe design auch wieder hochglänzend hier oben sieht ihr wie stark das ganze geworden ist ich zeige es mal hier aus der perspektive und hier haben wir jetzt schon mehrfach gesehen ist wieder auf dem kopf mensch meine güte ich hab's aber heute echt so da sehen wir es dann mal richtig rum auf der gegenseite haben wir dann den episodenguide ja so ganz knapp gesagt ihr seht die kapitel hier also die einzelnen episoden die enthalten sind hier im hintergrund ist dann eine landkarte da hat man auf diese grünen ornamente verzichtet großteils und sich dann darauf beschränkt und wenn wir das ganze aufmachen sehen wir drüben in der lasche dann die kleinen gimmicks da müsste jetzt eine karte und ein booklet drin sein oder ein comic eine leseprobe dazu kommen wir aber gleich noch erst einmal machen wir hier auf der seite weiter mit der blu-ray disk ich hatte ja im intro schon zumindest in textform erwähnt dass das ganze hier ein 1 disk set ist und ihr müsst höllisch aufpassen dieser bibus hier das ist ja das blub das fliegt gleich raus also es ist ganz ganz dezent nur der druckpunkt also wirklich aufpassen nicht besonders viel umher machen damit sonst fällt die scheibe einfach wieder raus bei mir sie übrigens beim transport mir dann gleich entgegen gekommen das wurde ordentlich von der post durchgeschüttelt hier sieht man übrigens wenn ich das hier mal aus der lasche jetzt raus nehme ein komplett durchgehendes motiv der landkarte ich versuche das mal etwas näher einzufangen es ist natürlich jetzt etwas kontraproduktiv mit diesem grünen schriftgrad hier da irgendwas zu erkennen ich gucke hier das kamera display ich hoffe ihr könnt mehr erkennen hier wieder typisch ganz groß das logo der serie und na gut ich drehe es mal um da seht ihr das ist ja doch jetzt ist durchgehend wird halt immer unterbrochen hier durch das bein und durch das kapitel menü also durch die kapitel menü durch die einzelnen episoden hier die hier aufgelistet sind ansonsten ist das hier ein ganz schlichtes und einfach gehaltenes digipack von der sache her und ich mache mal ganz kurz das sind noch mehrere sachen gut da mache ich noch einen cut an der stelle und wir schauen uns dann gemeinsam die gimmicks hier die ich jetzt auf dem tisch erst mal provisorisch positioniere dann gemeinsam an ja und weiter geht es nun mit den gimmicks die ich hier schon etwas positioniert habe und ich sehe ich glaube ich habe hier schon ein eselsohr drin aber macht nicht das ist das sind sowieso sticker das sieht man dann eh nicht mehr ich halte mir jetzt hier die hand dagegen dann könnt ihr ungefähr die umrandung sehen wie das ganze geworden ist man hat hier einen großzügigen rahmen außen rum gezogen die motive sind halt diese typischen shibi charaktere also richtige charaktere in minimalistisch und niedlich gemacht den anime fans muss ich das da draußen natürlich nicht erklären aber für diejenigen unter euch die im bereich anime da jetzt nicht so bewandert sind das sind halt shibi charaktere jedenfalls habe ich das so verstanden dass das so genannt wird von der rückseite ist es schneeweiß da sieht ihr auch noch mal die ausstanzung wie das ganze geformt ist und zur seite damit dann geht es weiter mit dieser postkarte das müsste postkarten größe sein ja fast denkt man schon das ist halt sehr sehr weicher matter karton etwas dicker also nicht wappelig und billig sondern schon etwas hochwertiger wir haben hier natürlich ganz groß diablo noch mal drauf zu sehen wie sonnenlicht steht hier im wald alles ziemlich grün gefiltert hier im hintergrund und macht schon was her ja auf der gegenseite haben wir dann wieder das ganze hier in schwarz weiß und hier nee das ist auch sehr sehr glatt bedruckt also beidseitig beschichtet die karte und auf jeden fall nicht billig ihr seht auch hier im hintergrund wieder die umrisse der karte und natürlich ganz groß hier selbstverständlich das logo der serie und somit werden wir mit der karte durch und jetzt mache ich mal so ein ganz kleinen on the fly blick hier auf die leseprobe steht hier irgendwo drauf hier steht es genau hier steht es darauf leseprobe kc how to not summon the demon lord volume 1 und wie das halt typisch ist bei mangas wird das eben so rum aufgeblättert die kenner wissen bescheid und hier haben wir dann einen überblick über die einzelnen kapitel mit seitenangaben ich gehe mal so ganz großzügig hier durch ganz fix ihr könnt ja gerne das video langsamer abspielen oder pausieren wenn euch was jetzt interessiert ich muss ja jetzt nicht viel dazu sagen ist halt ein typischer manga ist jetzt auch nicht dafür gedacht dass ihr jetzt hier alles komplett durchlesen könnt ihr bekommt jetzt einfach mal nur einen schnellen und groben einblick ich finde das eigentlich gut gestaltet her vom zeichenstil kann man absolut machen es sind mehrere seiten deswegen muss ich mich da etwas ran halten sonst geht das video hier wirklich viel zu lange und ihr wisst laufzeit ist kein freund des youtubers je länger ein video geht desto geringer ist die wahrscheinlichkeit dass sich leute das dann leider muss ich sagen bis zum ende anschauen das sind die typischen erfahrungen die man so im laufe der jahre macht und dann haben wir hier noch was ist das über credits bla bla isekai und so weiter und so fort ihr könnt euch durchlesen auf meiner kamera linse ist das jetzt für mich viel zu klein hier haben wir noch einen groben abriss zur story auch schön gestaltet im hintergrund dann wieder die karte ganz typisch und dann werden wir erstmal durch mit den gimmicks und dann geht es nach einem kurzen cut weiter mit dem poster oder mit dem pappaufsteller ich weiß noch nicht eins von beiden den muss ich noch zusammenbauen ja und ich habe mich jetzt dafür entschieden dass ich mit euch zusammen mal diesen pappaufsteller zusammenbauen ich hoffe das wird jetzt hier nicht zu gewalttätig und ich mache hier nichts kaputt ihr seht ja das ist alles schon vorgestanzt ich kann ja auch mal so minimal drücken ihr seht schon das geht ganz einfach raus zu machen auf der rückseite etwas rauerer karton ich muss jetzt mal bitte vom ton her wird das jetzt nichts werden hier an der kamera vorbei und dann hier die sachen rauspuzzeln ich kann auch einen zeitraffer machen das werde ich wahrscheinlich dann in der videobearbeitung einen zeitraffer beschleunigen hier ich hoffe ich mache jetzt hier nichts kaputt ich weiß gar nicht ob das hier alles noch dazugehört es ist ein fummiges zeug ich glaube das muss auch noch raus ja der müsste auch noch aus der pipus kann das halt mal machen ich werde das beschleunigen keine sorge ah ok gut ah jetzt ah ich verstehe so und jetzt knickt man das hier zusammen und jetzt steckt man den hier rein alles klar und das drückt sich dann so ein bisschen auseinander ja das ist aber eine instabile geschichte hier also das ist das ist wirklich sehr labil also da weiß ich also entweder stelle ich mich jetzt richtig dumm an oder ich mache was falsch ich bin ja aber jetzt ziemlich sicher dass das richtig ist was ich hier tue denn sie wissen nicht was sie tun da guckt mal das ist ziemlich wabbelig ich habe jetzt kein plan warum das so schräg und krumm steht die pipus hier die musste ich rausbrechen sonst hätte ich das ja nie und nimmer zusammen drücken können also entweder schreibt mir das gerne mal in die kommentare aber ich denke mal anders kann ich das ja gar nicht machen ich muss den ja hier ihr seht es hoffentlich ich muss hier an der kamera vorbeigehen das so rein machen ich kann das nur in diese richtung rein schieben andersrum macht keinen sinn seht ihr ja selber geht ja nicht weiter das ist ziemlich wabbelig guckt euch das doch mal an ich weiß nicht wie ihr euch das vorgestellt habt in der produktion aber ja das ist jetzt also stabil ist was anderes wirklich dass das das wappelt hier um her bis zum geht nicht mehr der kollege macht hier die ganze zeit diesen hier ja fällt fast um dabei von der sache her ist das eigentlich gut bedruckt das habe ich übrigens noch nicht angesprochen da kann man absolut nicht meckern es hat eine schöne beschichtung matt so ganz dezent glänzend macht schon was her aber hier unten die füße die sind totaler morx also das ist das habe ich schon wesentlich besser gesehen und nach einem kurzen cut versuche ich dann euch irgendwie das poster hier zu präsentieren ja und zu guter letzt kommen wir nun noch an der stelle zum poster ich habe das hier unten einmal eingeknickt das sieht in der totalen wie folgt aus ich werde mal hier von der seite aus reinhalten damit ihr das auch mal komplett gesehen habt ich wäre es auch noch mal ja in der video produktion dann noch mal fotografieren euch dann rein halten das wäre ich an der stelle hier einmal tun ich halte mal jetzt kurz meine klappe ich blende das hier ein für euch und lasst das mal durch scrollen damit ihr euch das mal ganz nah ja hoffentlich gut anschauen könnt so das müsste an der stelle reichen und für das video werde ich jetzt einfach hier diesen unteren teil der ja nicht besonders wichtig gerade ist umklappen und dann mal hier oben beginnen euch das aus der nähe zu zeigen ihr seht schon hier ist die bedruckung auch sehr sehr gut geworden das fühlt sich sehr glatt und weich an so matt optik aber so ganz dezent seht ihr es ja spiegelt das es macht einen guten eindruck wie ich finde von der qualität her kann sich das hier auch sehen lassen genauso wie der rest der edition bisher war ist auch das hier von hoher qualität vom druck her und absolut sehenswert jetzt kann ich das doch mal auseinanderfalten richtig cool muss ich sagen also es gefällt mir schade natürlich klar dass es gefaltet ist gerollt wäre das besser gekommen aber nach wie man soll man das halt sonst dann in den versand geben von der gegenseite ist das natürlich schneeweiß also es ist nur einseitig bedruckt und das wäre es jetzt von meiner seite aus zum poster das habt ihr jetzt auch gut gesehen und gleichzeitig sind wir nun auch durch mit dem unboxing ich habe nebenbei bevor ich hier den cut noch mal angesetzt habe mit dem kollegen hier umher gemacht ich krieg's nicht besser hin also das ist halt so eine wappelfigur da muss ich mir dann später was einfallen lassen vielleicht mache ich da irgendwie noch was da hinten dran weil der kollege hier der kippelt hier immer rum wie hölle jetzt steht er komischerweise gerade gerade das kommt wegen dem poster aber ich will das nicht weiter in die länge ziehen wir sind durch mit dem unboxing und ich hoffe ihr bleibt noch bis zum outro dran denn das kommt nämlich jetzt ja lieber anime fan und somit wären wir durch mit dem ausführlichen unboxing video des ersten volumes der anime serie how to not summon a demon lord ich hoffe das video hat dir spaß gemacht und war eventuell vielleicht sogar für dich ein wenig hilfreich und sollte das der fall gewesen sein würde ich mich sehr darüber freuen wenn du dem video deshalb ein kleines däumchen nach oben geben könntest beziehungsweise falls du etwas mehr zeit hast schreib mir gerne ein wenig feedback in form eines kommentars unter das video zum beispiel ob du die serie kennst wie dir die edition gefällt konnte ich deine kaufentscheidung ein wenig mit diesem video erleichtern oder sagst du ja jetzt kaufe ich mir das nicht das kann ja auch der fall sein und ansonsten möchte ich dich bitten falls noch nicht geschehen weißt ja was jetzt kommt bitte diesen kanal abonnieren das glöckchen aktivieren um kein weiteres video mehr von youtube hier von meinem kanal hier zu verpassen ansonsten bedanke ich mich bei dir dass du wirklich bis zum schluss dran geblieben bist ich wünsche dir noch einen wunderschönen tag oder abend je nachdem wann du mein kleines video hier angeklickt hast habt noch viel spaß auf meinem kanal dein movie fan 1982 bedankt sich wie immer bei dir fürs einschalten machs gut ciao ciao